nein nur nicht ja jetzt brauche ich erst mal nix mehr gold silikon da bin ich dann wieder ich brauche trotzdem zwei diamanten dann für die frames noch aber gute nacht gold gold aber total wenig so war das so war das so hier ist und dann brauchen wir noch silikon wahrscheinlich eher nicht doch haben wir wo ist feuerwerk hauptsache warum denn schützen fest ist vorbei ihr nappel weiter wie mache ich aus dem basic processor einen basic processor aus einem basic processor assembly ein basic processor so einfach in den ofen schmeißen der ofen ist gerade tatsache frei was ist denn da los weil ich gerade nur am pulverizer arbeite und alles abfängst vorher oder das ja perfekt aber jetzt wird der ofen wieder belastet das heißt ja ich habe schon wieder ausgenommen was ich wollte nee da geht es nicht hin was ist denn jetzt los hier wollte das ding bauen okay und dafür brauche ich das ja okay das ist schon belegt also muss ich das hier machen nein falsch geklickt das blaues licht was macht es das gerade voll blau geleuchtet war cool aus okay wo ist die wollen heute schlafen flugstast und zertus quads wir wollen die nacht durch machen wir arbeiten ja wir können nicht ja wir sind schwerstbeschäftigt fliegt die beiden im bett oder was klagen ich komme moment bin auf dem weg komm ich auch noch mal kurz nicht im bett gegenüber von voici irgendwie back ich im bett glaube ich gerade da muss man auch mal aufstehen weiß ich weiß ich weiß ja wäcki wäcki und so ne habt ihr nicht gesehen nein das haben wir gebaut und das hier übrigens haben wir auch schon lange keine männer wir haben ja so viel fisch hier sehe ich gerade ja können wir auch mal ein bisschen was ins system räumen eigentlich er sieht schon ein bisschen gammlig aus der fische aber ansonsten geht schon er ist noch gut guck dir den doch mal an wenn du den in der hand hast der schaust so richtig so muss der sein du hast ein anderes texture pack so jetzt habe ich so ein ME procession export bus ja den klatsche ich jetzt wir haben gar keine leitung wo wir das ranklatschen können oder warte mal ich musste von der controller aus eine leitung bauen ne ähm du musst es hinten an die kiste anschließen genau du brauchst der cable brauchst du auch noch klar ja aber der controller dann komm ich ja nirgends mehr drauf du musst nicht vom controller du kannst von jedem gerät ausgehen ach so du musst dich aber nicht hinten an die kiste kann ich auch seitlich an die kiste packen ja ja Hauptsache an die kiste meinetwegen auch von oben da musst du dann natürlich nachher einstellen die acht ärzte die direkt verarbeitet werden soll ich mal direkt schon eisen rein geht nur acht warum weil nur acht plätze frei sind aber jetzt zum beispiel also wirst du jetzt auch gleich sehen wenn ich eisen wieder ins system schmeiße packt das automatisch in die kiste und die kiste packt es automatisch in den hopper und der hopper bla 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 ja gut dann machen wir iron aluminium äh alu geht glaube ich so nicht eisenzinn, kupfer, gold eisen, tin, moment ich habe nur tin gravel wir haben fast gar keine gib doch mal o rein oh re so also dark iron geht nicht ähm kupfer geht auf jeden fall beides blei geht lead also die ganzen neta sachen wir haben noch ein kupfer wir haben zweimal kupfer kupfer und von electric craft und von thermal expansion ja ja schlaf du mal so ok dark iron geht nicht oder das ferus ähm ferus braucht man ja eigentlich nur für inver ja eben ich brauche ferus es war so schön es war so schön mit dir ich bräuchte allerdings jetzt auch mal zwei inver ansonsten kann ich meine maschinen hier nicht bauen wir passen nach rein neun stück oder was acht oder sechs acht kann man das nicht upgraden irgendwie äh den zweiten bus anschließen ich meine den bus absolut updaten oh ich hab mein werkzeug da reingeschmissen ist egal jetzt kann ich mal vcs ach jetzt hat irgendjemand rausgekommen und kann mich nicht an das tin dran nehmen mein gott eh macht hier sache mit mir wir wieder ne klar wer sonst irgendwer muss ja schuld sein so einer ist noch frei aber das macht ja nix jetzt wird jetzt mal unser ganzes ore direkt hier ore direkt verbraten ore 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 ich muss hier mal kurz den ofen belegen ich brauche ein bisschen ferus also ein bisschen ueva ey da wird der fisch nicht gebraten ist mir doch egal der fisch gebraten würde oder peng so jetzt müssen wir ach wir müssen ja noch einen ach scheiße also wenn ich das jetzt aus dieser kiste direkt wieder rein machen will in das system belly nochmal ich hab gerade was diese kiste hier ja da kannst du jetzt einen importbus anschließen von unten zum beispiel ein importbus so ein wie ich unter den goldenen kisten auch gemacht habe oder was ne das ist ja ein na sag schon ein storage bus du brauchst einen importbus ach so import import genau wahrscheinlich genau so scheiß zu bauen ja ist ähnlich sehr ähnlich und da brauche ich auch den me precision importbus ja jep hätte ich das mal vorher gewusst warum hättest du gleich doppelt gebaut ja wir müssen wenn wir nachher ein klotzi bauen müssen wir da auf jeden fall drauf achten klotzi was äh ein mech entschuldigung also es gibt hier eine maschine die automatisch rezepte ausführen kann molekulia assembly chamber ja mech lustigerweise tatsache mech ja ne ist klar klotzi ja der heißt bei mir immer klotz jetzt ist das wichtige haben wir sowas schon ich weiß gar nicht toll wir können nicht wir können keinen boss bauen wir brauchen eine sticky piste und wir haben keine sticky piste weil wir kein schleim haben ah schön aber du kannst auch gummi äh rubber nehmen anstatt also das rohe rubber noch ja wie ist das genau so das muss man auch mal wissen ey dafür bin ich ja da ich hab doch keine piste gebaut da ja ok so Eisen Eisen Kabel ach ja jetzt können wir erstmal diesen scheiß bauen hier moment den da da brauchen wir wieder das für ach da war wieder das Werkzeug was ich da weggeschmissen habe den Cutting Knife ist das ein Traum Stick und Gold Cutting Knife was ist das im Traum? ja die Freundin von meinem Bruder ist doch Ärztin und die hat mir gerade geschrieben was ich nach Amoxidin alles nicht darf ich freu mich zum Beispiel will ich uns spielen? ne kein äh Nikotin kein Alkohol doch arme Schwein ja ja jetzt ist es vorbei ja vielleicht sollte ich mich direkt aufhören ja mit 30 geht's back up die Kohle hab ich vergessen ich brauche jetzt noch zwei Diamanten dann haben wir zwei Tesseracts bin ich gut ey ich hab so viel vorbereitet jetzt so viel Scheiße gebaut hier in der Zeit äh die der Tesseract Ding lass ich hier schon mal drinnen liegen wenn wir jetzt noch zwei Diamanten kriegen bin ich glücklich musst du mit Royce reden Royce ich hab Royce meine ganzen Dias gegeben wartet mal kurz ich glaube ich kann gleich die Dia Pflanze machen ähm soll ich mal gucken wie viel Essence Dust hier noch drin ist? ich hab bis eben alles rausgenommen na sind auch nur wieder vier drin äh wir müssen unbedingt hier äh es fehlt noch ähm kann ich den Ofen mit benutzen? ein stronger Sand nein um Gottes Willen du darfst hier nix benutzen äh ich brauch noch einen zweiten eigentlich für solche Zwischendinger inzwischen ist hier so ein Induction Smelter da kannst du links Sand und ah kennst du bestimmt okay wenn du Sand hast kannst du den auch benutzen ja Sand hab ich wir haben aber auch Glas oder ist es nicht ähm hm ist egal ah warte ne Induction Smelter passiert nix mit dem Sand hä wieso auf die eine Seite Sand und auf die andere ach so du willst Glas machen ja ja das geht natürlich nicht hier hast du noch ein bisschen Glas aber ist auch Glas im System ja hab ich auch gerade gedacht aber mir hört ja keiner zu natürlich nicht wer soll ja zuhören ne heute gar nicht heute reden wir alle nicht so viel eigentlich ne heute ist es eine sehr ruhige Runde das wir auch mal aufklären heute kann man es hier eigentlich richtig gut verstehen ein Traum ich brauch trotzdem Diamanten ja wer braucht die nicht meinst du ich nicht oder wie haben wir noch keinen Diamantenpflanzer ich bin dabei du bist zu langsam merkst du was wie mach ich denn netherquartzstust nochmal ähm netherquartzstust kann mich nether in den pulverizer oder in den mace rater ich glaub pulverizer ist aber effektiver so ich bediene mich jetzt gleich mal bei dem enderzeug hier ja nochmal jetzt können wir dem system zum glück nachher alles beibringen dass er es alles automatisiert macht das wäre so schön quatsch gebt mir essenzen den arschbackeln so 4000 brauche ich pro tesseract also brauchen wir 32 ach ich brauche was ist das hier für ein mist schon wieder tut du nicht immer schimpfen äh keine ratte was getan doch wenn ich dir irgendwie helfen kann da draußen die Diamantpflanzen schneller hinzukriegen sag bescheid ich bin da voll dafür ich bringe doch nicht so immer noch so jetzt war es zu viel ist egal hast du noch Essenz ich denke eher nicht du meinst im E-System vielleicht noch was drin ne ist nix drin hätte ich auch nicht erwartet ich auch nicht Power farm Power farm Power so damit haben wir das gebaut das können wir jetzt hier entpacken dann haben wir das gebaut ja was ist denn hier jetzt gerade los können wir hier entpacken das können wir hier entpacken yes komm schon noch ein bisschen komm schon da